Herzlich Willkommen zurück zu Faktorio. Wir sind hier gerade dabei ein Gebiet abzusperren, in dem wir dann Öl verarbeiten können. 50 durch 3 wird ein bisschen schwierig. 18 können wir wahrscheinlich machen. Nö, können wir nicht. Egal. So. Können wir hier am besten dicht machen. Vielleicht hier dieses Gebiet. Hier sieht man jetzt schön langsam dann die Mauern aus. So. So. Türme. Ok, da braucht es ein bisschen länger zum Ausladen interessanterweise. Oh ja, wir brauchen hier definitiv Türme. Da unten müssen wir ein bisschen dicht machen. Gut, ich hoffe das ist alles dicht. Wir brauchen jetzt noch Munition. Oh shit. Boah, ich hab das nicht gesehen, wann es ist. Nein. Nein. Der Warte passt. Kohle passt. Kohle passt, davon haben wir genug. Eisen funktioniert auch ganz gut. Offensichtlich brauchen wir hier noch einen Balancer, damit die Züge hier besser abarbeiten können, also besser geleert werden. So. 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 der andere jetzt. Ah, der gerade gefahren ist. Perfekt. Uh, wir werden gleich die ersten Angriffe starten. Noch waren sie nicht hier. Die hier sind voll. Das heißt, wir könnten... Wir werden später das Ganze hier ein bisschen umbauen müssen, damit wir hier mehr Eisen produzieren können. Aber jetzt machen wir erstmal... Wir brauchen noch Mauern. Wir brauchen Munition. Und dann können wir sich um das Öl kümmern. Ah ja, noch nicht zu viel Mauern. Hupaa. Das ist eigentlich jetzt schon. Schilder. Schauen wir mal unsere modulare Rüstung beginnen. Was braucht man eigentlich für die... Die brauchen wir schon die besseren Schaltgräse. So, energiemäßig schauen wir noch ganz gut aus. Da müssen wir jetzt rüber. 20 für jeden. 1. 2. 2. 3. 5. 6. 4. 6. 5. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 9. 10. höhere feuerrate her damit Blütsen muss er fest, so Okay, oder? Oder ist mir hier? Ach, die haben noch die hier. Okay, die Verteidigung hier steht mal. Dann können wir jetzt als nächstes hier oben einen kleinen Stützpunkt aufbauen. Okay, dann können wir jetzt hier oben einen kleinen Stützpunkt aufbauen. So, jetzt brauchen wir Rohre. Oh, vorher machen wir noch die Türme. Das ganze Einer hat ein bisschen wieder so ein Riftbreaker. So, alle sind fertig, was können wir nachher machen mit dem Strom? Jetzt brauchen wir mal Rohre bzw. Strom legen wir gleich mal, wo wir schon dabei sind. Verbinden wir aber hier rüber. Uh, da ist viel Wald noch. Weil wir auch schon mal besser ausgestattet haben. Gut, unser Eisenverbrauch ist momentan viel zu gering, also wir könnten deutlich mehr machen. Merkt man, überall steht die Produktion, weil alle Förderbänder voll sind, was prinzipiell jetzt nicht schlecht ist. Ähm, um die Forschung mehr zu beschleunigen, werden wir noch mehr Labore bauen. Wieviel brauchen wir für eine zusätzliche Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, 6 Stück brauchen wir. Zahnräder. Sicherlich auch hier Sachen. Wir haben ein bisschen mit die Solarpaneele aber herum tun müssen. Hier sind wir voll, die produzieren dann teilweise schon gar nicht mehr. Genauso hier. Nur die grüne Forschung ist ein bisschen lahm. Man sieht, die Forschung braucht schon sehr lange. So. Da haben wir's. Können wir die jetzt auch wieder hinbauen? Ja, zumindest eins davon. Hä? Achso, ne, passt schon. Gut. Beschleunigte Forschung ein bisschen. Ähm. Rohre brauchen wir jetzt. Da werden wir gleich eine größere Linie aufbauen. Also nicht eine größere, sondern eine doppelte auf jeden Fall. So. Du kommst hierher, machst Rohre dann. Setzst du die hier hin. Da hin. Da hin. Und so. Weil der hier macht Rohre und der hier macht dann diese hier. Rohre bitte bis hier hin füllen. Ah, wir haben eh noch. Okay. Wir hätten eh was dabei gehabt. Gut zu wissen. Und wir müssen sie natürlich irgendwo ablegen. Geben. Okay. so viel holz mit wir brauchen immer noch sehr wenig für das für die strommasten und da kommt schon wieder holz nach oder auch nicht da kommen wir mal die main tanks hin für alles mögliche raffinerien da ja 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 aber nicht genügend haben von denen so hier 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 So, unsere Part ist auch gleich wieder zu Ende. Und da war schon wieder irgendwann ein Angriff. Boah, da war wieder kein Stein. Zack, die sind schon mal verbunden. Oh, und jetzt kommt noch als nächstes das Öl. Die müssen wir halt noch sagen, zur normalen Ölverarbeitung. Passt. Oh, und wir müssen natürlich noch die Leitungen unten machen. Nein. 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 So, und jetzt müssen wir warten. Jetzt haben wir kein Ding mehr. Keine Rohre. So. Gut, Freunde. Aber das war es auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Okay. So. Okay. 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 Vielen Dank.